Ja, und hiermit herzlich zurück zu Dungeon Lords, wo wir letztens so toll runtergefallen sind, gestorben sind. Äh, keine Ahnung, wo wir gestorben sind. Ich weiß es gerade gar nicht, zumindest haben wir Erfahrung. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich warte gerade auf den Gegnerspawn, weil... Äh, da ist er. Weil jedes Mal, als ich Aufnahme bzw. Soundtest gemacht habe, kam so ein ekelhaftes Vieh gespawnt. Ja, und wo wir gerade bei dem Thema ekelhafte Viecher sind? Irgend so ein ekelhaftes Vieh hat uns ja natürlich runtergeschmissen. Das versuchen wir jetzt natürlich rauszufinden, uns wieder hochzukommen und gucken, wie wir jetzt sonst wieder herkommen. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal an. Da lang vielleicht? Sieht sehr gut aus. Sieht wirklich sehr gut aus. Oh, ja, ich renne natürlich gleich ins Wasser. Ich höre ja natürlich schon, was das hier irgendwo ein Vieh sein muss. Und hier geht es dementsprechend nicht hoch. Da scheint nur was runterfallbar zu sein. Äh, gut. Gehen wir mal hier lang. Auch nicht. Ja, wir hören ganz klar unseren Gegner nur. Wo ist der? Äh, man habe ich viele zaubert. Das ist echt... Ja? Äh, ich habe was gehört. Ein... ...andres Vieh, was uns gefolgt ist. Frage Zeichen? Ähm, Kalb müssen Kirchen... Äh, ne, das sind wahrscheinlich neuer Spawn. Sind nämlich drei Stück. Ein Kalb für da. Genau. Das sind zwei Stück. Scheint wohl frisch gespawnt zu sein. Ich glaube, da hätte ich die Einstellungen ändern sollen. Äh, wie tue ich gerade? Ach ja, genau. Er war es. Äh, selbst eingestellt. Aber ich kann es mir nicht merken, wie ich es eingestellt habe. Ist schon klar. Äh, hier hat uns irgendwo was runtergeschossen. Das weiß ich noch ganz genau. Natürlich gibt es auch diese Schirmblattdinger, die hier runtergeplumpst sind. Ich glaube, da vorne sind wir runtergefallen. Ähm. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Na, mal weiter und schon. Ich spring mal da hin. Da hin geht es nicht. Ähm, da lang? Ist nix. Da hin. Ich höre was laufen. Was wahrscheinlich auch ich sein könnte. dementsprechend episch, natürlich. Äh. Hab ich zufällig. Feuerball, die den natürlich keinen Schaden machen. Deswegen mache ich es ja auch. Äh. Natürlich. Zwei Seiten. Ihr habt sie sonst nicht mehr alle. Ja. Schuss ausgewichen. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mach die sechs rein. Mach die sechs rein. Ne. Sieben. Oh nein. Sterb. Sterbt. Nee. Da reue ich jetzt gerade im Wasser. Oh. Ich brauche Zauber. Ich brauche mehr Zauber. Ja, komm her. Und dort. Ja. Ähm. Weitergespielt habe ich hier natürlich nicht. Daher weiß ich auch nicht, wie es hier weitergeht. Einzigste, was ich gemacht habe, ist ab und zu mal einen Twink erstellt, um mir ein paar Sachen anzugucken. Ähm. Ein paar Skillungen und so, die mich interessiert haben. Ich glaube, ich bin in die richtige Richtung. Ich bleibe mal auf dem Weg. Sieht sehr richtig aus. Ja. Vor allem, weil ich gerade einen Gegner gehört habe. Es geht nach oben. Hey. Wahnsinn. Äh. Ich habe hier nur gef... Ganz... Na, von hier ist haben wir angefangen. Okay. Au. Hi. Wir haben in der kurzen Zeit sehr viel Erfahrung bekommen. Schön. Gut zu wissen. Äh. Ja. Erfahrung, die wir für nichts mehr brauchen. Ich habe bloß die falsche Taste gedrückt. Und wir haben ziemlich viele Ausrüstung. Und zwar Ausrüstung ist noch eine gute Erhaltbarkeit. Ja, was ist das da? Ein Helm. Viele Helme. Oh, cool. Gift... Ah, stimmt. Den Gift... Habe ich den Giftbogen schon immer gehabt? Oder hast du vor kurzem gefunden? Auf jeden Fall gefällt mir, dass ich ihn habe. Das ist cool. Was habe ich für letzte, letzte, schon Magie? Käse. Nichts Gutes. Ich habe... Untergang... Ähm... Glaub, werde ich mir mal angucken. Ähm... Feuerschlag. Äh, hat nicht gereicht. Oh, doch, hat gereicht. Gut. Ähm... Ey, ey, ey. Na, das finde ich jetzt nicht so nett. Wisst du? Das ist echt nicht nett. Folg mich, wenn ich wieder runterfalle. Dann seid ihr aber schuld. Nicht ich. Folg mich, wenn ihr mich so abschießt. Okay. Der eine ist tot. Und während ich mich um einen anderen kümmer, werde ich wahrscheinlich eh noch sterben. Auch komm. Ich hoffe, du bist gegen Feuer nicht immun. Ey, cool. Bist du gar nicht. Ähm... Darüber will ich erst mal. Von hier sind wir gekommen. Und ich brauche mal wieder zu zaubern. Daher würde ich hier doch empfehlen, mal den Giftbogen zu benutzen. Da geht's auch lang. Ähm... Hier sind wir lang. Hier ist alles runtergefallen. Können wir über den Abgrund springen? Ja, können wir. Ja, können wir. Das ist sehr interessant. Ach, guck an. Zack, Gesichter. Die sich gegenseitig runterschubsen. Ey, das ist nicht nett. Das finde ich echt nett. Das finde ich doch mal... Ja, ich mach so viel Schaden. Das ist echt unglaublich. Glaub... Bogen ist ja echt keine Option mehr. Ist auch nur auf Level 6. Hm... Schön. Gut. Äh, äh... 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 Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Äh... Kann ich da was schönes leveln? Ich hab schon viel Leben. Was mir wahrscheinlich im Endeffekt eh nicht helfen wird. Na okay. Das hilft mir doch schon gut. Nur nichts gegen. Fliegende Gegner. Die mir natürlich... Äh... Nicht im Nahkampf bekämpfen kann. Ey, ich sollte einen Trank nehmen. Ey, hör auf. So viel Leben hab ich nur... Ah doch, wir sind einmal gestorben. Gut. Äh... Ja, gut. Das gibt sehr viel. Das gibt sehr viel. Was hatten wir hier als zweite Waffe? Das da? Ja, das da. Äh... Kohle Waffen, die wir hier eigentlich schauen. Schön, dass ich das auch mal weiß. Na gut. Äh... Äh... Komm mal runter. Ich will dich hauen. Gott. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Warum müsst ihr auch immer fliegen? Und, 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 und. Dort. Endlich. Hä? Äh... Haben die uns jetzt eigentlich runtergeschubst oder nicht? Ne, die waren es wahrscheinlich nicht. Denn ich bin noch ein bisschen weiter gelaufen. Bin, äh... Ich hier hoch. Ich bin erkundet. Ja, ich bin... Oh, keine Träger machen. Ich hasse das. Äh... Noch so ein scheiß Vieh. Ja. Ne, es sind zwei Fischer. Ich habe das Gefühl, ich sollte die Spawnrate runterstellen. Ja, das werde ich glaube, da der nächsten Aufnahme dann auch machen. Ja. Ja, das könnte jetzt ein Spaß werden. Mach mal ein Zapper für mich. Kalkier da. Wahrscheinlich auch ein Sukubi da oben. Weil die Lebensblöcken haben sich so interessant bewegt. Diamantenstaub. Äh. Ich hätte mir... Was brauchen wir? Dämon, Seelenstein, getrockneter Homolochus und Schrumpfkopf. Mal gucken. Könnten wir damit bieten? Dämon und Seelenstein. Ähm. Hm, leider nicht. Schade. Ich könnte noch Zeug beschweren. Bringt uns leider nicht viel. Schön. Ähm. Und warum haben wir so viele Zauber, die uns nichts bringen? Das ist doch doof. Ähm. Ich sollte echt mal neue Zauber kaufen. Funken bringen nix. Das ist alles nah. Das sind zu weit weg. Ähm. Macht keinen Schaden. Schön, dass wir das auch schon geklärt haben. Gott, wie das heißt. Ist zu weit weg. Macht zu wenig Schaden. Ähm. Ähm. Guck mal. Guck an. Wir haben doch noch was. Boing. Da ist noch was anderes gestorben. Da ist auch noch einer. Na ja. Den könnte ich Theopraktisch... Den könnte ich Theopraktisch... Garantiert, wenn ich jetzt hier rüberspringe, schießt der mich runter. Egal. Ich versuch's mal rüber zu springen. Huuu. Ja. Geht. Geht, 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 geht. Da fällt mir natürlich auch so schön. Achso, ja. Möbel. Gott, diese Viecher ätzen. Ich hätt vorher die Einstellung überprüfen sollen. Das ist, äh... Das ist ja echt die Katastrophe. Alles tot? Level Up. Yeah. Auf die hätte ich die jetzt echt früher kommen sollen. Was können wir leveln? Das können wir nicht leveln. Das können wir auch nicht leveln. Brauchen's aber. Na, machen wir das mal aufrufen. Ja, weißt du was? Können wir auch noch hoch machen. Und der Rest... Da rein. Für nix und auf wieder nix. Ah, guck an. Das hat uns runtergeschmissen. Genau. Äh. Und die von der anderen Seite natürlich besser... Hat der durch die Wand geschossen? Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Der Balorot. Au. Ich hab keine Ahnung, ob das der Endboss ist. Sieht stark nach Endboss aus. Ja, ich glaub... Da haben wir ein kleines Problem. Lähm. Kann ich... Na, aber gut. Dann trifft er mich nicht. Das ist... Das ist sehr gut. Das ist... Ich will ein Zapp. Wow, macht der Schaden. Ganz vergessen, wie stark so ein Magier durchgeskillt doch schon wieder ist. Mann, Mann, Mann. Na, kann auch sein, dass ich schon lange nicht mehr gespielt hab. Ähm... Komme ich damit durch? Nee. Das war wirklich ein guter Schadensbonus, den wir da natürlich ausgelöst haben. Nur... Könnte trotzdem lange dauern. Hm... Ja. Könnte kompliziert werden. 3-7, 3-6. Es macht Gift. Gehe ich bis auf Treffer 4-9. Kann ich nicht benutzen. Wurfdeutsche kannst du ja eh vergessen. Wie, ich hab kein Gürtel. Ist das schon kaputt, oder was? Gut zu wissen. Sprich, ich brauch einen neuen Gürtel. Gut, das ist ja... Das ist ja... Genau, das ist... Das ist die Klamotte von dem Zeug, was wir sammeln müssen. Mir fällt der Name nicht ein. Skandal. Was können wir machen? Was können wir machen? Was können wir machen, was uns weiterbringt? Wird uns wahrscheinlich nicht weiterbringen. Nee, 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 nee. Ups, nö, das wollte ich auf keinen Fall. Äh, Briefbuch darum. Oh, interessant. Ja. Das ist dementsprechend jetzt Schäße. Mit dem Zepper kann ich schön durchschießen. Und das ist zu weit weg. Hm. Der war gut. Der war wiederum nicht so gut. Reichner Stern kommt nicht hin. Das ist Mist. Achso. Wache wechseln. Schießen wir einfach noch ein bisschen Pfeil ab. Ja. Ja, na. Wir machen es anders. Na klar. Das wird natürlich eine große Aktion. Wir haben mal so einen tollen Bosskampf, wo man total viel machen kann. Aber gut, wir können wenigstens oft schießen, noch ein bisschen Schaden. Und ich bete einfach, dass das der Endboss hier ist. Ansonsten, ja. Wird das doch noch ein bisschen lustiger. Und ich habe auch gerade keine Informationen, keine Karten und sonstiges. Daher weiß ich nicht, ob das der Endboss ist oder nicht. Super. Na egal. Wir hauen einfach um. Und was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig. Und vielleicht ab und zu mal einen Zauber drauf schießen. Wenn wir welche bereit hätten. Was dementsprechend klettern nicht der Fall ist. Ärgerlicherweise. Los. Geht tot. Geht tot. Geht tot. Sein One-Hit. Ach, wie schön geil das. Aber gut. Die Hälfte ist ja gleich bald. Gleich bald. Irgendwas in die Richtung. Wenn er ja auch nicht permanent mit seinem Scheißschild dastehen würde. Schaden geht langsam aber sicher voran. Und. Ey. Ist doch schon mal was. Auch wenn er sich permanent nur hinter dem Scheißschild versteckt. Ich glaube, wenn ich da im Nahkampf hin ran würde, würde ich entweder selbst sehr schnell tot sein. Oder einfach nur. Soll ich es versuchen? Ach komm. Wir versuchen es mal. Einfach zu ihm zu kommen. Ja. Ja. Machen ordentlich Schaden an ihm. Hätte ich das doch nur mal er versucht. Ist echt gut. Ey. Wunderbar. Feuerschlüsse. Cool. Nur zauber. Zauber. Nur zauber. Oder? Ja. Super. Super zauber. Genau sowas habe ich gewollt. Tömmtömm. Ja. Ja. Sonst denke ich mal. So viel atemberaubendes Zeug bekommen, dass man sich damit erschießen kann. Total. Ja. Ja gut. Boss ist tot. Und wir können... Irgendwie sieht das nicht sehr einander aus. Na gut. Egal. Wir gucken dann nächstes Mal rein, was sich hinter diesem Tor befindet. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Und... Ja. Ja. Ciao. Schönen Abend. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ich wiederhole mich. Euer SGO. Ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich.